In der weiteren Folge der Kanalvorstellung, nach langer Zeit wird dies wieder einberufen, natürlich aufgrund besonderer Vorkommnisse und es geht mit einer Kanalvorstellung weiter. Allerdings bevor dieser Kanal vorgestellt wird, möchte ich auch noch sagen, dass in nächster Zeit oder auch in den nächsten Wochen wieder vermehrt Kanalvorstellungen kommen. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr einen Kanal kennt, der vorgestellt werden sollte oder euren Kanal vorgestellt haben wollt, schreibt dies unter diesem Video in den Kommentaren hinein. Ich werde natürlich jeden berücksichtigen und von dem her schauen wir jetzt in die Kanalvorstellung rein. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und lasst diesen Kanal natürlich auch ein Abo da. Er hat es sich verdient, finde ich und wir schauen jetzt rein. Und um den Kanal, um den es sich handelt, seht ihr ganz genau, es ist Lizinator86TV Gaming und er macht FIFA 20 Videos sowie Call of Duty Videos. What's on? Von dem her, er ist schon bei der 97. Folge und mit Hartberg in der Champions League. Was für ein Wahnsinn. Aber allerdings nehmen wir uns seine Kanalinfo zuerst auseinander. Da steht zum Beispiel, dass er auch auf Twitch ist, einen Discord Channel hat, auf Facebook vertreten ist und auf Instagram vertreten ist. Und in der Beschreibung steht relativ wenig. Da bitte ich dich lieber, MJ, Michi, ich hoffe das ist richtig, dass du hier mehr hineinschreibst, warum du diesen Kanal machst, aber es steht ja grundsätzlich nichts im Wege, warum und weshalb du hier eine Kanalinfo hast. Welcome to Lizinator86TV Gaming. Gemütliches gemeinsames Zocken, Let's Play und Livestream aller Art. 100% ankert. Da ist für jeden was dabei. Und CU und LizinatorTV Gaming. Ja, lieber Lizzi, du solltest mehr in deiner Kanalinfo einpacken, woher du kommst, warum du das Ganze machst, was das Spaß haben soll. Ein bisschen mehr verpacken, welche Videos du betreibst, aber das schauen wir uns jetzt einmal in deiner Übersicht an. Du hast bereits 64 Abonnenten, meiner Meinung nach viel zu wenig. Und von dem her schauen wir jetzt einmal in einer deiner normalen Uploads rein. Ja, von dem her war es das einmal mit dem ersten Video. Also ich finde, du kommandierst immer wieder deine Videos ziemlich gut. Darum habe ich dir ein Abo dagelassen. Schauen wir auch einmal in deine Livestreams kurz rein. Deswegen klinke ich mich hier aus und viel Spaß. Auch Mario Kart ist dabei, sehen wir gerade. Ist vor einem Monat gestreamt worden und das vor fünf Tagen. Also wir hätten ruhig anzuschneiden können, oder? Also Einfallsreichtum. Mario. Genug Training. Jetzt wird... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... So, ganz gut das Ganze. Dein Titelbild ist übrigens auch sehr gut ausgewählt und dein Bild auch. Schauen wir mal ganz kurz, ob du Playlists eigentlich besitzt. Ja, sehr schön. Hast alles sehr schön verpackt in die Playlists, angespielt natürlich. Hast du hier einen Kanal, den du verfolgst? Natürlich den berühmt-berüchtigsten und bekanntesten in der ganzen Welt, den Kernalmediziner Mirza Jadic und Marcel Skorby und hast du auch Diskussion. Hast du hier keine? Von dem her, 64 Abonnenten sind viel zu wenig und von dem her, helft dem guten Lizinator 86TV Gaming. Er braucht die Abonnenten und ja, schreibt einen Kommentar in einer seiner Videos, lasst ein Abo da, unterstützt ihn weiter. Wir wollen in dieser Zeit vor allem eines. In dieser Zeit wollen wir vor allem eines und zwar Zusammenhalt und gegenseitiges unterstützen. Nur so kommt ihr voran und ich finde, dass da Lizinator 86TV Gaming ein Abo verdient hat und nicht nur eines, sondern hunderte. Ja, und wenn ihr euren Kanal vorgestellt haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mich natürlich darum so schnell wie möglich kümmern und ja, bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Lizinator, du weißt, was du verändern kannst an deinem Kanal, kannst dich natürlich auch an mich wenden. Ich werde dir ein bisschen helfen, dass du mehr Aufrufe bekommst. Und wenn du mehr Aufrufe haben willst, lieber Zuschauer deines eigenen Kanals oder du kennst einen Kanal, der seinen Kanal im Laufen bringen will und zu wenig Zuschauer hat, dann wende dich an mich. Schreib in die Kommentare rein, warum gerade dieser oder deiner Kanal, deiner Kanal, dein Kanal vorgestellt werden sollte. In diesem Sinne, hau rein und wir sehen uns in der nächsten Kanalvorstellung. Tschüss, servus, grüß euch.